Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Orcs Masai Unchained mit dem Dossman, wo ist er? Hier, hi, hallo! Da! Ich bin wieder Hoguard! Ich bin, ich bin der Battlemage und ich bin der einzige Battlemage, der Mobot ist... Ja. Ne, Moment. Ne, der hat das gleiche, also zumindest das gleiche Thumbnail. Oben, oder Icon. Oder Avatar. Aber der hat so Zauberhände. Komisch. Obwohl, kann ich auch haben. Basteln mal wieder alles voller Pfeil, äh, Pfeilen hier vorne. Ja, sollen wir machen? Das war doch super. Ja, war eigentlich ganz cool. Und ich geh mal wieder deffen. Aber diesmal kann ich nicht so gut deffen, weil ich kein Ranged bin, ey. Ja, da kannst du die ein bisschen aufhalten. Wenn wir hier vorne einen guten Raum haben, dann hältst du die Ape hier drin fest. Ja, aber ich kann immer nur so kurz stunnen, ey. Ich kann stunnen, einen Schlag machen und dann sind die wieder frei. Aber das ist so ein großes Schild. Ja, das bringt nur irgendwie nicht viel. Außer so ein bisschen Live-Rack. Wenn ich das auslöse. They're breaking through! They're breaking through! Direkt drauf. Ja, direkt voll aggressiv zeigen, ne? Genau. Hi! Da bin ich direkt, was ist denn hier los? Bin jetzt weg hier, ey. Aus den Minions raus. Oh nein. Oh nein. Weg hier in die Fallen. Ach, du bist schon da hinten, okay. Ja, ja. Bist du schon tot, oder was? Ne, ne. Ich bin noch hier vorne. Ich klopp hier noch mit. Ach, sehr gut. Ich lebe noch. Oh ja, der hat nix mehr. Wo ist er hin? Er hat sich nach hinten geflasht. Können wir nicht viel machen, glaube ich. Ja. Weil irgendeiner hat hier nichts mehr gerade, oder? Oder hab ich das nur so gedacht? Ah, fuck. Ne, der eine ist turmisch. Kann der eine sich so unsichtbar machen, oder so? Weiß ich nicht. Kann er was? So, upgrade. Ich schmeiß mal was hier rein. Okay. Ich werd mich in die nächste Wave stellen. Ja. Ach, scheiße. Ja, stimmt. Ich vergesse halt immer, ey. Das ist so ein komischer Spielmechanismus irgendwie, finde ich. Ich weiß nicht. Was ist denn am effektivsten? Sollte man das einfach jedes Mal machen? Alle? Ja, wahrscheinlich, ne. Weil dann haben wir auf jeden Fall am meisten Kohle. Und das bringt keinen Nachteil. Ja. Weil wir sind schneller da vorne als die. Eigentlich müsste man das immer alle machen. Guck mal, man macht den da links. Guck mal, der kommt von hinten. Oh, ich hab gar keine Karte drin. Ich nub. Oh. Oh. Ist ein Loss. Jetzt schon. Man braucht die Karten gar nicht. Genau, ist Quatsch. Man braucht nur gute PvP-Skills. Eben. Das ist mein GoMinion. Was ich vielleicht gar nicht so schlecht fände, wäre das Spiel so in der Art. Ja. So ein bisschen mehr LOL-Hybrid oder so vielleicht, wo man dann wirklich die Waffe sich... Oh nein, 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 nein. Boah. Ich bin gestorben. Ja. Wo man sich wirklich die Waffe aussuchen muss. Wo man eigene Rüstung anziehen kann. Weißt du? Ja, wär schon cool, ne? Ein bisschen B-W-Style. Oh Mann, ich wollt grad da hinspringen. So. Boah. Ja, wär schon nice, ne? Wenn man noch irgendwie ein bisschen mehr am Charakter ändern könnte. Aber warte mal, wir haben noch jetzt Weaving, oder? U drücken. Ähm. Uh, okay. Aber bei Upgrade kann ich noch nicht machen. Ist ausgehört. Kann ich auch nicht. Verdammt. Toll, dann geht bestimmt gar nicht. Hahaha. Ah, ich glaub das geht. Vielleicht müssen wir noch... Ah. Ja, vielleicht brauchen wir erst irgendwelche Points mehr oder so. Stimmt, vielleicht braucht man dann diese, diese Skull für diese, diese... Ja, ne, eigentlich da oben. Sind ja welche eingeblendet. Diese normalen Punkte, die auch für Fallen sind. Wenn ihr mal U drückt, dann oben. Ah. Ich stell mich jetzt hier um die Ecke und mach sofort die Tür zu, wenn der erste hier drin ist von denen. Hahaha. Ich komm mal. Warte mit in der Falle. Ist drin. Sehr gut. Hahaha. Ah. Das ist noch weggekommen, ne? Ja. Weil das finde ich immer so krass. Das schaffe ich einfach nicht. Ich komm nicht weg irgendwann mehr. So, kloppen wir mal hier richtig schön rein. Geh Wichser. Aua, aua, die Milis. Mach mich fertig. So. Boah. Packen wir nochmal 1000 rein. Nein! Boah, hat der mich umgehauen. Ja, das ist manchmal echt krass, ey. Wie schnell man tot ist einfach. Ich find das heftig. Ich wurde gestunten zwei Sekunden später. Nicht mal ne zwei Sekunden später, aber ich hab doch weg. Ich hab auch irgendwie, ich kann auf eh so ne Axt werfen, ne? Die macht spürbar null Schaden. Wie viel macht sie wirklich? Hit takes frost damage and is slow. Da steht gar nicht wie viel Schaden die macht. Umso besser. Ne, das sollte da stehen, finde ich. Das wär cooler. Ja. Ja, ja. Ah, ich muss hin. So. Ja. Dann hab ich gleich auch hoffentlich 1000, wenn ich hier Wave hinter mir hab. Ist das alles? Ne, da kommt noch was. Wollte schon sagen. Da krieg ich auch noch mal 1000 zusammen. Oder? 20. Eine Welle kommt noch, glaube ich. Okay, so. Oh Gott. Ich hab schon mal 1000 drin. Ah ja. Stimmt. So. Aber dann steht man schon echt lange hier. Jetzt sind die ersten Minions schon beim Guardian. Ja. Kriegt man auch irgendwie einen krasseren Champion? Oder hat man mehr Leben oder so, wenn man ein höheres Level hat? Ähm. Das glaub ich nicht. Nein. Dürfte eigentlich nicht so sein, ne? Vielleicht gibt es noch ein Skilltree. Ja. Oder sowas wie Runen oder so. Vielleicht ist der Weaver so eine Art Skilltree? Skilltree? Ich weiß es nicht. Was war der Weaver? Weavers Unlock at Level 8. Ach so. Their access when added to your deck. Ah. Also muss irgendwas hinzufügen. Da muss anscheinend noch ein Weaver. Vielleicht kannst du dann einen Fall miteinander verbinden oder so. Ich hab keine Ahnung was das macht. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja. Ich auch. Weil wir sind ja eigentlich Level 8. Ja. Wir müssen gleich mal in unser Deck gucken. Vielleicht brauchen wir auch erstmal einen, ähm, noch ein Deck, äh, noch so ein Booster oder so. Ja. Hm. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Das ist doch nicht wahr! Schon wieder gestorben? Ja. Krass. Als ich den gespielt hab, hat der irgendwie keinen Schaden gemacht, das scheiß Ding. Wäre das Katzen-Tier oder was? Ja. Ah, guck mal! Wenn du Tab drückst, siehst du die Weaver der anderen. Der LarkNirving, bei uns in der Gruppe, hat, äh, 3 Leadership per Second zum Beispiel. Der andere hat plus 15% Movespeed. Ja. Der kommt jetzt da oben beim Guardian wieder an. Bist du irgendwo noch? Oh. Ja, ich komme. Ich komme aber. Oh, ich muss hier weg, ey. Alter. Alter. Das ist halt einfach eine sinnlose Schlägerei hier, ne? Ich hab gar keine Übersicht mehr. Ich feuer einfach nur rein. Hoffe, dass ich möglichst viel treffe. Nein! Ich bin auch fast gestorben. Oh. Den fast erwischt. Boah. Ja, krasses Match. Ich hab 1200. Oh, und die kommen gerade. Muss ich schnell mal hin? Ja, ich bin tot. So, nochmal 1000 rein. Ja, das ist irgendwie komischerweise. Manchmal brauchen die Waves so voll lange, bis die nacheinander da rauskommen. Also, für alles lohnt sich das glaube ich nicht hier stehen zu bleiben. Oh, ich kann den 3000 rein pumpen. Noch 3000, dann hätten wir ein T3-Gate. Ja. Die anderen haben schon ein T3-Gate. Oh. So, okay. Auf in die Schlacht. Äh. Einfach irgendwo rein schlagen in den Haufen, so immer. Jetzt muss er dran glauben. Ah, es funktioniert. Nein, er hält ab. Er ist abgehauen. Das gibt's nicht. Er ist weggekommen. Nein. Ich wollte ihm nochmal eine Axt hinterher schmeißen, weißt du? Aber die macht ja null Schaden. Ja, die hätte ich aber geslowed noch. Boah. Oh, unser Tor ist zu. Ach, du bist hier. Okay. Hi. Ich geh mal wieder nach hinten. Wie viel fehlen denn da jetzt noch? Kann nicht mehr viel sein eigentlich, ne? Wo meinst du? Immer noch 3000, krass ey. Ja, vor allem irgendjemand hat 3000 schon das neue Gate gesteckt. Oh nein. Oh nein, jetzt ist eins zu viel. Ich hab da auf jeden Fall nochmal 1000 reingetan. Fuck, ich brauch 1000 für die. Ich brauch noch 500. Oh oh. Für Dümmer und am dümmsten. Jawoll. Du hast hier gekillt. Da geht er down. Da geht er down. Oh oh, die drei Trolle, die machen mich etwas nervös hier. Ja. Ah. Die werden unsere Gate zerhacken, wenn wir da nicht... Diese Riesen sind so fies. Gibt es Headshots überhaupt noch? Also kann ich... Mach das mehr Schaden, wenn ich in den Kopf schieße? Weiß ich nicht. Darf ich jetzt der Fallen? Ist der eine gerade. Ja, ne? Das finde ich klasse. Aber ich ein bisschen blöd finde, wenn du eine Falle platzierst, sollte der automatisch auf die 1 zurück switchen, ey. Weil ich klicke manchmal... Oh ja. Klick, 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 klick. Oh, 3000 habe ich? Scheiße, ich habe wieder mehr. Jetzt hätte ich jetzt schnell noch die... Ah ne, wir haben ja schon Level 3 da. Hab ich ja noch geschafft? Waaay. Boah, kommt denn hier für einer? Ach, wie doof, dass ich mich da nicht hingestellt habe. So ein Geistding, Alter. Voll heftig. Sieht gut aus? Ja. Jawoll. Tod ist er. Kriegt zwar keinen von den Kills, wo ich mal drauf schlage, aber... Ist ja auch egal, wir wollen ja gewinnen. Geht ja nicht ums. Eben, eben. Aber dafür brauchst du auch Kills, also so ist ja nicht. Ja, gut, klar. Oh, oh. Hier oben ist eine gute Death. Also jetzt gerade ist ein bisschen... Na gut, die kommen ja allerdings mit drei Champions. Ja. Scheiß, Wolk hat auch noch mal Sprengen. Keine gute Death. So jetzt... Ah. Hab ich mir noch weggekommen. Tja. Da hätte er seine Axt wohl treffen müssen. Dann hätte er mich vielleicht gemacht, aber nicht so. So, ich komme mal hier oben lang. Ich brauche mehr Leadership Points. Oh, oh. Wir sind hier arg im Bedrängnis. Ich bin schon da. Keine Sorge. Ah, okay. Ich mach das jetzt. Ich slow die mal noch alle ein bisschen. Das ist kein gutes Zeichen, dass die schon hier sind. Oh, oh nein. Wie auch immer schreien alle. So, guck mal. Jetzt kommt da schon die nächste Welle direkt da vorne. So eine Scheiße, ey. Ich habe 1500 in das hier rein, ne? In das neue, genau. Was noch nicht offen ist. Okay. Du bist da vorne. Oh, du bist grad... Hast du da so fette Pfeile gesetzt? Das? Ähm, ne. Das sind die Vereine, aber die sehen geil aus. Oh, jawoll. Die gehen gut down. Ja, aber jetzt hat auf einer viele Feiern platziert, ne? Wir sind aber auch jetzt alle hier. Und fischiert's halt. Oh Gott, oh Gott. Ne, ne. Guck mal. Siehste so. Siehste? Dann springt er da mit 10 HP weg. Ne, ne. Das mache ich bei LOL aber auch immer. So mit 20 HP rausflashen. Richtig schön ätzend. Skill. Alles Skill. Ja, es geht. Bei LOL geht's auch öfter meine Hose. Oh, 1000 hab ich nochmal. Ah, 5000 brauchen wir noch da drin. Dann haben wir's. Nein. Nein. Ist er noch weggekommen. Ich finde das so blöd, als wenn du so fette Karten hast, die so weit auseinander kommen. Ah, da sind noch Dumber and Dumbest. Oh, hier kommen gepanzerte Bären. Okay. Ich hab jetzt auch nochmal 2000. Ich kann jetzt gleich noch so ne Ballista Waffe bauen. Ist dann ja nochmal schön hier drunter. Und noch Swown. Da geh da down. Da geh da down. Bitch. Oh, ich hab fast 3000, die ich einsetzen kann. Wie kann ich denn die drehen? Mit rechter Ma... Die... Die Dingens. Shit. Nein. Wie kann ich die drehen, die Falle? Ich weiß es nicht. Oh, okay. Dann baue ich die jetzt einfach irgendwo hier hin. Irgendwo... Aber normalerweise gehen die einfach schon in die richtige Richtung. Ja? Ja. Ja, hoffentlich. Halt auf den Zero! Ist er tot. Oh, oh. Muss hier hin weg. Boah, muss hier weg. Boah, wie die Troll aber auch draufhauen, ey. Tutsch! 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 Ja, die machen einen riesen Schaden. Ja, voll krass. Aber gut, es steht ja noch 20, 14 für uns, ne? Ach, ich hab... Hm? Gut, dass vorhin so ein paar durch sind einfach. Ein paar. Ein paar, ja. Okay, jetzt schnelle Karte hier reintun. Upgraden. Und weiter geht's. Boah, komm, wie viele? Da kommt von bei denen... Aber viel Scheiße kommt da wahrscheinlich einfach, ne? Ja, es sind alles so Zweier halt, ne? Die haben erst einen Warcam. Ja, wir haben schon... Ja gut, die haben wir 1 auf 4. Aber gut, ich mein hier... Unsere Verteidiger kommt ja echt nicht viel durch, gerade. Besonders nicht, wenn du da stehst und so ein bisschen mit aufräumst. Naja, und einfach... Ich schmeiß nur zwischendurch Slow rein und spring da rein, damit die Gestunts sind in den Fallen. Oh oh. Boah. Ich laufe mal wieder mit 30 HP raus, ne? Wie immer. Wie immer? Ja, 29 mehr als du brauchst. Ja. Stimmt. Mit der überflüssigen HP. Eben. Das ist Quatsch. Dann spielt man nicht so ne harte Kante auch. Also... So, ich kann auch Fallen bauen, aber ich hab keine mehr, Leute. Kann ich das jetzt irgendwo anders für einsetzen? Ne, irgendwie nicht. Ich hab ne Triple Kill gemacht. Wat? Krass. Wie? Was? Keine Ahnung. Kaputtes Matchmaking. Ah, okay. Jetzt haben wir wieder so Noobs, ne? Ja, echt mal. Jetzt macht auch keinen Spaß, weißt du, wenn du so dominierst. Ja. Ne. Ja, die haben auf jeden Fall schon ganz gut Fallen gebaut auf der Seite. Ach, ich würde am liebsten fast nur Fallen bauen, wenn ich ehrlich bin. Ist ja alles einfacher, dann braucht man sich nicht so viel bewegen, ne? Der ist voll cool halt, sich so ein Fallen-Design auszudenken. Aua, aua, aua. Boah, die Bären sind aber jetzt auch heftig von denen, ne? Diese gepanzerten Bären, ne? Ja. Aber der ist schon mal tot. So, sterb mal schön alle hier vorne. Oh, ich bin gestunt hier vorne drin. Ich komm mal. Oh. Und da ist so viel, äh, 270 habe ich noch. Ja, ein Bär ist tot. Oh, hier ist noch so ein gepanzerter Oga. Nein, ich laufe hier auch noch in die... Nein! Schon wieder tot? Ja. Von dem Ork, oder was? Von dem Ork, ja. Ja. Oh, ich laufe wieder, ich laufe mal mit 60 AP diesmal raus. Schon früh. Oh, hab ich... Oh, scheiße. Ich schaffte 6, 5, 4, 3, 2... Ah, scheiße. Ach, ist schon geupgradet gewesen. Lol. Nein. Jetzt hab ich da 2000 reingehauen, aber keine Karte reingetan, Level 3. Das kenn ich, das kenn ich. Boah ätzend. Guck mal, 19 Minuten, unser längstes Spiel bisher, glaub ich, ne? Oh ja. Dass wir noch nicht auf die 4 sind. Ja, ist spannend. Aber auch, ne? Die sind schon auf 4. So. Ja, ich hab keine Fallen mehr. Scheiße, ey. Ich weiß nicht, welchen wir hochpushen jetzt. Ob ich es geht. Ja, den Linken einfach, weil sie weniger Verteidigung haben, würde ich sagen. Du scheiß Bär, du! Stirb! Erstmal voll reinspringen da immer. Dann noch ein Ächschen schmeißen. Hier ist einer drin. Von denen. Oh, das Stannen macht doch Bock. Das Mann, töte ihn mal hier. Wo sind die denn? Hinter euch, hinter dir. Ich bin schon tot. Komm, wie wir auf der anderen rumprügeln. Es passiert einfach gar nichts. Keinem von uns. Ich kann nicht mehr gucken. Oh, oh. Töte ihn. Ne, ich muss recken. Dann noch schnell irgendwo Gold reinlegen. Ich hab 5000 Fallenpunkte. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Oh, die sind hier bei uns drin. Ich hab fast 9000. Ich weiß nicht, wohin damit. Du hast mal komm rein. Oh. Oh. Schade, nicht mehr getroffen den Penner, ey. So, jetzt kann ich mal hier noch schnell da Bears rein tun. Ah, Dumb and Dumbest. Schmeißen wir da mal rein. Schade, dass die jetzt nicht mehr mitkommen. Aber ich glaub, ich geh jetzt mal links mit und push mal links mit. Ich komm mit. Ah, du bist... Ah ne, da. Mobot ist hier auch. Der andere. Battle Mage, warum auch immer hier zwei Battle Mages sind. Ja, ist komisch, ne? Ja. Vielleicht haben wir gleichzeitig den Char gepickt. Ja, kann natürlich sein. Wäre natürlich sehr fair, wenn das geht, ne? Ach, Leute, hier ist der Guardian schon down, der erste links, ne? Ja, sieh ja. Ach so. Ich kalte mal den Ding ins Weg, ihr macht den Spieler da oben. Boah, wie er mich trifft aber auch. Jetzt kommt er wieder, pass auf. Oh. Ich muss abbauen. Ich auch. Das geht so nicht. Du kannst hier einfach runter abkürzen, ne? Ich mach mal ne Auszeit. Über diese Klippen. Ich hab's noch überlebt. Ich lass mich einfach hinten wiederbeleben. Kein Bock die ganze Zeit nach hinten zu laufen, weißt du? Ach, dann geht's doch hier voll schnell, ey. Ach, Quatsch. Dann lass ich mich lieber töten. Dann spau ich hinten wieder. Naja, die kriegen ja einen Kill durch und Punkte. Die kriegen 700 Punkte, äh, Leader Points dafür, wenn die dich töten. Ja, sonst macht's denen ja keinen Spaß. Du musst denen ja zumindest ne Chance geben. Ja, aber die kriegen ja so viel Geld. Ja, ich weiß. Du feedest halt. Ich will das nur erklären. Du feedest halt die ganze Zeit. Glaub das doch nicht. Glaub das doch nicht. Doch, glaub ich. So. Oh, weil der, weil der Enemy hier war, konnte ich nicht regen mehr. Scheiße. So, 2700 hab ich. Wo soll ich den reinpacken? 22, 23. Wo soll ich den reinpacken? Hier vorne in das, in das zweite Gate. Ach guck mal, alle pushen da und da. So ne Kacke. Wir hatten schon einen T4er, wenn wir das einfach gebündelt hätten. Ja. Hier ist die Casterin. Muss hier weg. Muss hier weg. Boah. Was denn? Dieser dick, dieser große gepanzerte Ogre mit seiner Stachelkeule. Der, der, der da meinst du? Der haut mir einfach einmal ins Gesicht, dann lieg ich da. We've upgraded a war camp. Guck mal, jetzt haben die auf einmal 4-4 und wir 3-3. Wie geht das? Wie rechnet sich das denn? Oder? Oh oh. Die sind hier drin im Thronsaal. Oh nein, ich seh es. Eine riesige Truppe. Ja, wir fallen hier an. Ja, da muss ich gleich drauf gehen. Da muss ich auch nicht drauf gehen. Ah, da muss ich auch nicht drauf gehen. Scheiße, noch elf. Die müssen die kleinen Ficker kaputt schlagen. Scheiße, ey. Oh oh. Ah, den kriegen wir. Der hinten ist nicht noch der scheiß Schütze. Ach so. Die gibt's ja auch noch. Ja. Defender is fallen. Nein, der auch noch. Oh nein. Guck mal, ob er da so groß hat. Der hat mich ausgenockt vorhin. Machen die auch. Oh, noch zwei Bären hier um die Ecke. Gibt's doch nicht. Wo kommen denn diese ganzen Bären her? Ja. Boah, ich muss. Oh, tot. Boah, ein Schlag vor den Rücken. So mit seiner Keule. BAM. Tot. Krass. Krass. Ich hab 10.000 Fallenpunkte. Das ist doch schade. Boah, jetzt verlieren wir das echt noch, oder was? Ja, das verlieren wir jetzt. Sieht hart danach aus. Nein. Wir haben noch ne Chance. Ja. Ja. Guck mal, da oben gehen noch welche durch. Aber der Defender müsste kaputt... Müsste getötet werden da mal. Natürlich echt scheiße. Noch fünf. Oh Mann. Drei. Zwei. Das war's. Ein. Oh Mann, ey. Oh, ich würd das ungern verlieren, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich auch, aber... Ah, das war's. Da ist er. Mann, ey. Das mit Gorminion. Ah, da passt ja die Aufschrift auf einem T-Shirt. No. 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 Tja, was soll man dazu sagen, Dossman? Das hab ich nichts zu sagen. Ja. Das Matchmaking. Ja, genau. Das Matchmaking, danke. Nein, war ne spannende Runde. Haben sie gut gemacht. Ja, find ich auch, eben. Die haben sich gut erholt. Also, am Anfang sah es eigentlich danach aus, als würden wir gewinnen, fand ich. Ja. Tja, kann man nichts machen. Wir verabschieden uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.